ja sie kommen zu meinem neuesten video und ja seit langer 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 zeit mal wieder ein laber video ein vlog vlog über das heutzutage sagt und ja ich habe ein bisschen was zu erzählen ist ja das letzte sehr lange her da habe ich euch eher dann erzählt was bei mir so eigentlich abgeht was meine momentane lage ist und so weiter und so fort wenn sich viele fragen kurt wie schaut es denn jetzt aus geht es dir besser bla 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 ich würde sagen kommt drauf an es ist wie gesagt es ist schwer zu beschreiben wie es einem besser geht dieses thema ihr habt wisst es ja noch vom letzten video ich will es nicht mal genauer erläutern wer jetzt noch mal alles wissen will soll ich das andere video anschauen das über ein jahr alt ist oder so und ja ich wollte euch nur ein bisschen was erzählen was jetzt momentan so bei mir abgeht wie gesagt ich bin ja krankgeschrieben gewesen jetzt bin ich nicht mal krankgeschrieben für eineinhalb jahre krankgeschrieben wer jetzt eigentlich wieder zu meiner arbeit zurückgekommen weil ich war auch auf gh und wollte dann zu meiner arbeit zurückkehren zwar hätte ich nicht mehr alles machen können ich habe dann extra sogar ein attest bekommen dass ich nicht mehr diese positionen machen kann nur spezielle dinge und ja wäre jetzt zurückgekehrt aber kurz bevor es losgegangen wäre wurde ich gekündigt ja ich wurde leider gekündigt von meinem job weil die mir die position diese diese position kann man position sagen wenn wir diese arbeit stelle wo ich nur noch arbeiten kann diese spezielle dieses spezielle wollen sie eigentlich nicht mehr machen und das ja sozusagen ich bin halt nicht mehr so sozusagen ertragbar ob das jetzt alles korrekt ist und so und wenn ihr jetzt in die kommentare schreibt dies dass ananas ich bin da schon an einigen sachen dran das will ich jetzt nicht genau erläutern ich bin auch am schauen was das so ist und so weiter aber ich muss euch ganz ehrlich sagen ich dachte erst das macht mich nicht so fertig weil ich habe es auf irgendeine art und weise schon fast geahnt aber es hat mich doch ein bisschen das heißt ein bisschen hat mich schon sehr runtergezogen muss ich sagen hat mich sehr runtergezogen es ist nichts leichtes weil ich bin da seit 2007 leute zwar 2007 nur in ähm klein ab kleinbasis also auf 400 euro und seit 2009 komplett fest das sind einige jahre und ja blub weg etwas etwas schade das heißt etwas schade jetzt wie gesagt ich war schon ein bisschen leicht am boden das ist leicht mir ging es richtig schlecht jetzt auch die letzten paar wochen war froh dass ich freunde hatte mit dem ich unterhalten konnte ich war froh dass ich ähm zocken konnte ein bisschen was anschauen konnte weil ich musste mich extrem ablenken und so weiter und so fort dann musste ich ja alles regeln es ist noch gar nichts eigentlich geregelt ich musste es noch regeln mit dem arbeitsabend und habt ihr nicht gesehen und da kommt sogar noch einiges mehr auf mich zu ich musste jetzt deswegen was ärztlichem das alles ausführen weil ich ja nicht mehr die das alles machen kann wie immer die wollen mich wieder in den selben beruf reinstecken weil ich ja so lange dort arbeite aber ich packe es einfach nicht diesen beruf mehr und jetzt wollen sie mich arzt hier hat es da ich kann es euch sagen es wird wahrscheinlich irgendwann mal noch mal irgendwie ein vlog video geben oder wie log wie man es auch immer nennt ist mir egal jetzt ähm wo ich wahrscheinlich noch mal was erzählen werde wie es was ist und so ansonsten wenn ihr unbedingt immer mal wieder was wissen wollt von mir schaut auf twitch vorbei ich bin da schon sehr oft live wie gesagt sehr oft live ähm da wollte ich euch jetzt eh hier noch fragen wollt ihr wieder dass ich jeden tag so ein kleines video hochlade dass ich live bin es ist leider ein bisschen etwas schwieriger momentan bei youtube weil du irgendwie ein bisschen mehrere sachen jetzt auf einmal da machen musst ich habe mich jetzt gesehen durch die letzten videos ich hochgeladen habe schreibt mir in die kommentare ob ihr da wieder eine benachrichtigung haben wollt ansonsten lasse ich das weil ist ja auch nur wenn ihr immer da so ein 10 oder 20 sekunden video immer seht jeden tag genau das zu diesem thema wie gesagt wenn ihr da wissen wollt ich bin bei twitch oft live ich kann da gerne mal ein bisschen hier und da ein bisschen was labern aber ich will eigentlich das thema nicht so sehr ansprechen weil ich mich sehr ablenken will und youtube auch wenn ich immer viel mache twitch und filme und so ist meine gute ablenkung das tut mir gut und ähm da geht es mir besser ich habe jetzt zum beispiel ja auch alles umgeräumt ich habe zum beispiel die ganzen sachen die ich von der reha hatte also sprich diese ganzen man hat ja mehr man hat ja auch was handarbeitsmäßiges und was ich alles gemacht habe das habe ich alles so weggeräumt dass ich es nicht mehr sehe und so geht es mir sogar noch ein bisschen besser weil ich es nicht im blickfeld habe dieses ganze zeug das ist halt was psychisches bei mir es tut mir leid das sagen zu müssen aber ja ist nun mal so gut das zu diesen schlechten sachen machen wir mal lieber erstmal alles weg damit ihr bescheid wisst okay der kurt ist noch da habt ihr ja gesehen die videos und so und auch die live streams bei simi oder vielleicht bei manuel ich bin noch da ich bin da ne und das zu diesem thema ja ihr habt ja gelesen auch noch verkauf denke ich mal habe ich im titel geschrieben und ja verkaufen es wird kein video mehr geben war mir manchmal jetzt zu komisch aber ich habe jetzt einiges bei ebay reingestellt der link von ebay ist unten in der infobox video beschreiben wie auch immer whatever da ist mein ebay link drin ebay hat sich auch verändert ich weiß gar nicht wie das dann ist mit dem wenn das geld an ebay geht und mal schauen wie das ist mal gucken deswegen habe ich jetzt einiges bei ebay reingestellt was ihr nicht bei ebay drin gehabt ist wer interesse hat mal gucken ob ein interesse hat inside media book das ist eine der erstauflagen ich weiß ich glaube es gab da noch mal eine neu auflage auf jeden fall das nsm media book in diesem cover ich weiß jetzt steht da drauf welches cover das ist steht gar nicht drauf es ist in einem sehr 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 guten zustand ich schaue noch mal leute keine ecken an gedatcht oder irgendwas es ist in einem sehr sehr zu guten zustand und ja das würde ich abgeben ihr könnt euch melden ich werde ich denke mal die e mail werde ich ja unten rein machen wieder die e mail wer interesse hat 80 euro hätte ich schon gerne für das media book es ist was wert ich habe mich erkundigt und hätte ich gerne ich brauche den film jetzt nicht mehr ich habe den nochmal gesichtet und ja wer es haben will meldet sich das geht weg genau inside könnt ihr melden e mail oder whatever vielleicht sogar privat wenn ihr mich kennt und die anderen sachen ebay link unten könnt ihr anschauen genau das hat zum verkauf mehr mehr gibt es noch nicht zu sagen ansonsten was gibt es noch ja ich will ein bisschen paar videos mehr wieder machen ich will ja endlich dieses overview video fortführen also es gab schon eine room tour aber ich will halt alles einzeln zeigen habe ich euch versprochen und da wird denke ich als nächstes kommen ich weiß es kann ich glaube steelbooks steelbooks werden kommen und wenn ihr meine room tour gesehen habt werdet ihr dann schon sehen dass einige steelbooks rausgeflogen sind es ist jetzt nur dieses eine regal wo das steelbooks drin sind müssen sogar immer noch hin und her überlegen ob da immer noch welche rausfliegen weil ich der meinung bin dass man ähm auch die filme normal haben kann auch wenn wenn man irgendwie sondereditionen mag aber ähm die sondereditionen ihr wisst es doch man findet es immer geil oh geiles frontmotiv geiles motiv geprägt hochglanz was passiert da mit dem steelbook wird eingetütet wird ins regal geschoben und man sieht nur den spine man hat nichts vom motiv gar nichts deswegen war immer meine idee wenn es mal irgendwann soweit kommen könnte dass ich dann wirklich die besten der besten die mir für mich beste sind äh dann irgendwann mal schön präsentieren kann weißt ihr mit dem motiv und so weiter deswegen bin ich da sehr stark am aussortieren auch eventuell vielleicht von guten filmen aber die hole ich mir dann nach und nach normal wieder genau deswegen sind einige rausgeflogen ja und wie gesagt es wird auch noch weiter gehen sind dann denke ich mal alle meine media books und dann halt noch alle meine normalen schrägstrich box sets wird es dann auch noch geben ein video oder mehrere es sind ja ich hab ja äh ich hab ja euch erst vorgestellt animes serien und meine godzilla sachen und es sind ja immer noch fast tausend artikel von diesen sachen sind vielleicht jetzt erstmal vielleicht lasst mich überlegen vielleicht 100 ist weg also ihr habt doch noch volle volle schmackos schmackofazos dann zu sehen leute genau jo was gibt's sonst noch eigentlich nichts mehr vieles ähm was ich euch fragen wollte jetzt kommt's ich bin an überlegen ein altes format wieder aufleben zu lassen von mir was zahlt ihr davon wenn gott sie hat geklotzt wiederkommt ich kann aber euch nicht mehr versprechen ob es so sein wird wie damals also dass ich ich weiß ja wie ich es damals gemacht habe vielleicht kommt es ja jetzt noch besser rüber weil das letzte geklotzt video also das format wo man wo ich halt alles in einem monat irgendwie so bespreche ähm ist schon etwas her und ich weiß nicht ob ich dann immer noch so gleich dann das alles labere mein geschmack hat sich ein wenig vielleicht ja ich weiß nicht ob es sich verändert hat ich bin da nicht ganz ich weiß es gerade gar nicht kann ich euch jetzt nicht ganz hundertprozentig sagen aber ich will überlegen das format wieder rein zu machen was haltet ihr davon und soll ich es monatlich machen wöchentlich oder monatlich wenn es nicht viel ist oder wöchentlich wenn es viel ist damit es nicht zu viel wird damit ich es noch ein bisschen im Kopf habe könnt ihr mir mal schreiben einige haben sogar gesagt sie würden es gerne wieder sehen die so auf twitch sind das freut mich sehr dass sie das sogar gerne angeschaut haben schreibt mir doch mal in die kommentare habt ihr bock wieder auf gott sie hat geklotzt genau ich habe ja jetzt eh Zeit immer noch genau ja dann leute seid mir aber nicht sauer seid mir nicht sauer wenn es jetzt so kommt also das habt ihr ja schon gemerkt im märz ihr habt wahrscheinlich gemerkt hä was sind das denn für komische videos leute ich habe ja ähm twitch highlights gartik phone hochgeladen ne ähm ich will jetzt peu a peu immer mal wieder highlights hochladen auch gameplay highlights bei twitch aber auch andere sachen vielleicht auch gespräche und so weil ihr müsst bedenken twitch ist nicht nur gaming twitch ist auch unterhaltung und auch reden und alles mögliche oder auch reactions und äh da kann es sein dass da jetzt hier mal da jetzt hier auf meinem kanal immer mal wieder was kommt und lasst euch nicht abschrecken ich weiß ihr seid eher mehr alles nur filmfans und so aber aber wo filmfans in gartik phone gab es auch richtig lustige runden wo es ums thema film ging also äh lasst euch nicht abschrecken wenn ihr dann dies und jenes seht es sind auch sehr sehr tolle videos ich weiß ihr schaut vielleicht schaut ihr gar nicht mal sowas und sowas an ne aber ich kann euch sagen es war pure unterhaltung den abend mit den jungs und zu spielen ne jeder kann auch mal mitkommen ich habe einen discord server auch und äh auf einmal mache ich hier den discord link hier unten in die beschreibung rein jedenfalls ähm was wollte ich jetzt woher frage ich hinaus überhaupt ja es ist es sind auch videos also gebt den videos eine chance wenn es euch ihr könnt es ja anschauen wenn es euch dann nicht gefällt oder so schaut ein paar mal videos an vor allem gartik phone da gehen die videos vielleicht 10-15 minuten guckt euch mal hier dies und das an es gibt auch spezielle vom filmthema und ähm vielleicht gefallen euch auch solche videos und dann könnt ihr euch sie anschauen die sind echt schöne unterhaltung und wir haben uns den arsch kaputt gemacht ihr müsst euch vorstellen wir haben da glaube ich knapp 4 oder 5 stunden ein browser game gezockt weil wir uns so unterhalten haben es kam halt nur schwachsinn raus und ähm es ist einfach witzig Leute es ist witzig weil ich sag mal so würde ich jetzt halt hier live sein auf youtube wäre das genau das gleiche wie gartik phone also halt wir hätten es dann auch hier auf youtube wahrscheinlich gemacht und so weiter und ihr hättet euch kaputt gelacht also gebt es euch eine chance so habt ihr es gebündelt in kleinen dingern wenn es euch nicht gefällt schaut es euch nicht an oder schaut nicht mehr weiter aber es kommen mehrere sachen es werden auch noch gameplay dinger kommen und so weiter und so fort also seid mir nicht sauer weil ähm ich heiße ja nicht ähm der Godzilla-Filmfan 5000 oder so keine Ahnung ich heiße ja Godzilla-Fan 1990 das ist einfach mein Nick-Name früher hatte ich einfach einen Namen nur das war vor 15 Jahren da hieß ich nur Gotzi und man kann auch immer noch abkürzung Gotzi zu mir sagen aber äh das ist halt mein Nick-Name Godzilla-Fan 1990 ist nicht nur filmbeziehung klar ich bin übelster Film-Fan ist klar aber mein Kanal ist halt für alles ich mach ja alles ja ihr seht ja hier ich mach ja einen Vlog ich mach Sammlungs-Updates es ist Filme wieder ich mach Dingens Overview oder Roomtour Roomtour kann man auch ohne Filme machen ich hab auch äh unterwegs gemacht und das hat ja nicht unbedingt was mit Filmen immer zu tun gehabt und deswegen seid mir nicht sauer wenn dann auch andere Sachen kommen außerhalb des Thema Films weil das ist halt mein YouTube-Kanal und da lade ich halt alles hoch was Thema Moir ist ne also meine Wenigkeit wer ich bin und so weiter und so fort und deswegen wird da auch was kommen in naher Zukunft wieder auch ein bisschen mehr weil ich ja viel auf Twitch bin und wenn ich da Highlights raussuche und die zusammenschneide ist es immer einfacher als Videos zu drehen weil in meiner momentanen Situation es werden jetzt zwar ein paar wieder Updates kommen und sogar Unboxings weil ich wieder was bestellt habe das ich unbedingt brauche auch wenn es mir ein bisschen verschmerzt das ist einigermaßen viel Geld aber bevor es dann weg ist wäre es schade jedenfalls wird nicht mehr so viel kommen weil es einfach momentan nicht geht ich hoffe ihr habt da Verständnis deswegen will ich dann was greifen was ich eigentlich habe an Ressourcen von Videos von meinen von meinen Sachen die ich auf Twitch erlebt habe könnt ihr sie dann auch auf YouTube erleben ihr kriegt natürlich nicht alles weil es ist natürlich auch dann Twitch exklusiv damit ihr mal rüberkommt und sich mit mir unterhaltet weil Twitch ist echt super und alles kommt einfach mal rüber es sind einige schon es sind ein paar Leute die rüberkommt zum Beispiel auch einer der fast jeder kennt der Daniel der oft immer auch in jedem Stream hier auf YouTube dabei ist der ist auch mit drüben und habt ihr nicht gesehen auch der Kanan Grüße gehen raus auch wenn er momentan nicht mehr so viel Zeit hat und ja Godzilla King ist ja schon Urgestein oder auch der Cyric und jedenfalls und auch durch Twitch auch den Pidi immer kennengelernt deswegen Leute Twitch ist echt kein versucht es einfach mal natürlich wenn ihr nicht wollt dann wollt ihr nicht aber wie gesagt seid mir da nicht sauer wenn ein paar Highlights hier dann auf YouTube kommen ja ich glaube das war es was haben wir jetzt wie es bei mir momentan ausschaut ja genau damit nicht immer so viele Fragen kommen ich kriege immer wieder Fragen und immer wieder dasselbe zu beantworten ist halt schon mürbe dann verkaufen wie gesagt Ebay könnt ihr da reinschauen ist noch Zeit bis zum ich muss mal kurz auf das Handy schauen 25 26 27 28 29 30 ich glaube bis 1 Mai ist noch drin aber schaut lieber vorher rein genau dann Inside Mediabook könnt ihr gerne kaufen meldet euch kann ich halt bei Ebay nicht reinstellen weil das geht nicht ähm meldet euch wie gesagt ich hab äh ich hätte sogar dafür wahrscheinlich noch mehr verlangen können aber ich hab jetzt diesen Preis genannt die 80 Euro wenn ihr Bock habt meldet euch dann äh ob Godzilla Geklotzt wieder kommen soll wie es kommen soll und ob ihr Bock drauf habt und natürlich dass noch viele andere Sachen noch kommen hier auf diesem Kanal genau ja ich hab eigentlich alles gesagt wie es ist ja was ich jetzt mache ich werde jetzt gleich mal was essen wir haben jetzt gerade Sonntag das Video was ihr jetzt hier seht ist wahrscheinlich am Dienstag erst online weil jetzt am Sonntag kam ja das ähm Godzilla Anime Teil 1 Unboxing Montag kommt ja mein Sammlungsupdate sieben Monate und ich denke Dienstag werde ich den Vlog hochladen also veröffentlichen genau genau ich werde jetzt satt heute ist Sonntag was essen äh entweder zocken glaube ich Film schauen mit den Jungs und den Sonntag ein bisschen genießen Ablenkung tut immer gut und ist auch schön sich mit Freunden und immer wieder zu unterhalten genau in diesem Sinne hoffe ich das hat euch ein bisschen mehr Fragezeichen gelüftet von meiner Wenigkeit warum nicht mehr so viel kommt A erstens mal krank geschrieben zweitens mal jetzt hat keine Arbeit ich kann nicht so viel kaufen ne steht sich schon mal in Frage und B ich will gar nicht mal mehr so viel kaufen deswegen wie gesagt geklotzt Video habt ihr Bock drauf denn schauen tue ich immer noch auch wenn es alte Filme sind oder wenn es nur geliehen ist oder gestreamt weil es ist günstiger auch für mich vor allem auch Filme ausleihen bei Amazon deswegen gebt mir Bescheid ob ihr Bock drauf habt und genau antwortet mir mal auf die ganzen Sachen was ihr so meint und so weiter würde mich mal sehr sehr interessieren was ihr da zu dem Thema hält was ich da jetzt so vorhabe vor allem mit meinem Kanal aber das habt ihr eh schon gesehen und so weiter und so fort genau in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen jetzt wollte ich schon sagen schönen Sonntag aber ich ich hab's ja gar nicht am Sonntag hochgeladen ich wünsche euch noch einen schönen Tag an dem Tag an dem ihr dieses Video schaut oder hört weil man muss es ja nicht unbedingt schauen das kann man ja sogar fast als Podcast schon nehmen ne ich wünsche euch was haut rein bis zum nächsten Mal macht's gut Servus Bis zum nächsten Mal